Und ich guck mal zur Tür, damit ich ihn auch sehe, wenn er denn ankommt. Oh shit Leute, jetzt hab ich aber echt Angst. Ich koch mir immer noch einen Kaffee, zur Beruhigung. Oh, mir geht grad richtig die Düse. Das könnt ihr aber glauben. Ich trau mich kaum hier raus zu gucken. Ich sehe nichts. Dann gehen wir mal wieder vorsichtig in die Hütte rein. Eieieieiei. So, den Rest des Feuers benutzen wir, um uns ein bisschen Wasser zu machen. Okay, und dann... gehen wir mal angeln. Ähm, okay, das hier ist noch ein Bug. Mit dem Schneeschmelzen. Und wir sollten erst noch was essen. Wir haben ziemlich einen Hunger. Und die Kälte kriegt uns schon wieder in die Knochen. Schokoriegel. Das ist immer gut. Und... Eine Dose Sardinen können wir uns nochmal reinpfeifen. Und vielleicht haben wir gleich ein bisschen Glück mit dem Fisch. Trockenfleisch. Schmeckt und hält praktisch ewig. Tja, jetzt nicht mehr. Wie lange angeln wir? Zwei Stunden? Drei? Machen wir mal drei Stunden. Oh, eine Heringsmaräne. Ein gewöhnlicher Süßwasserfisch. Klein, aber häufig. Zwei Kilo 500 Kalorien. Dass die Dinger so schwer sind, ist unglaublich. Oh, wir sind unterkühlt. Noch eine Heringsmaräne. Noch eine Heringsmaräne. Okay, ihr wisst, was wir jetzt machen müssen. Erst was trinken. Und dann sofort Feuer an. So. Keine Zeit verschwenden. Okay. Doch nochmal kurz Zeit verschwenden. Halt den Schnabel jetzt. Wir brauchen erstmal Zünder. Oh, wir kriegen nur noch zwei Zünder. Da raus. Es waren doch sonst immer drei. Aus der normalen Zeitung. Okay, Brandbeschleuniger. Zack. Das sollte auf jeden Fall klappen. Hoffe ich. Ja. Und wir wärmen uns ein bisschen. Wir machen das restliche Holz auch drauf. Und kochen uns zuerst mal einen Kaffee. Und noch nimmt unser Zustand ab. Ich weiß gerade gar nicht, warum. Ist uns noch zu kalt gewesen. Ja, Tatsache. Tja, da hilft doch ein Kaffee. Schöner, warmer Kaffee. Heiße Würstchen, heiße Würstchen. Und dann kochen wir jetzt noch einen leckeren Fisch. Da kann noch nichts schief gehen. Dann machen wir gleich noch einen. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Zitat Gollum. So, dann noch einen kleinen Tee. Ach, wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser für den Tee. Und das haben wir nicht. Noch nicht. Dann machen wir uns noch welches. So, das müsste reichen, oder? Oder war das dumm? Ja, das war dumm. Okay. Wasser muss man ganz abkochen. Da gibt's kein halb abgekocht. Und können wir uns jetzt noch ein Tee machen? Ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht mehr, oder? Fünf Minuten? Also, wenn's ein grüner Tee wäre, dann muss er nur drei Minuten ziehen. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber uns ist fast nicht mehr kalt. Dann essen wir nochmal eine Heringsmaräne. Und noch eine. Und noch eine. Das hat auch ganz gut geklappt. Unsere Kalorien sind wieder voll. Uns ist nicht mehr kalt. Wir haben keinen Hunger mehr. Und ich hab grad noch eine sinnlose Abkürzung gesehen. Erschöpfpunkt. Also, so ein Tee, ja? So ein kleines Tee, das hätte vielleicht noch hingepasst. Aber okay. Äh, was haben wir hier? Gewerrpatrone. Wasserreinigungstabletten können wir einmal verwenden. Dann müssen wir da keine Zeit im Ofen aufwenden. Und einen anderen Nutzen haben die sowieso nicht. Dann würde ich vorschlagen, verabschieden wir uns erstmal von der Hütte. Und suchen noch die anderen beiden Hütten auf. Womit ist das ein... Da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf in der Mitte, der sich grad an dem Reh zu schaffen macht. Oh, Leute. Ich ahne Schlimmes. Ich versuche mich jetzt hier außenrum zu schleichen. Und hoffe, dass der mich nicht sieht. Ich könnte natürlich versuchen, den zu verscheuchen. Oder... Oh, ne. Oh, ne, 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 ne. Ich will nicht schon wieder sterben. Unser Zustand ist bei 52% der Leute. Wir würden auf jeden Fall sterben. Auf jeden Fall. Oh, Scheibenkleister. Scheibenkleister. Tja. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Ach, verdammt, ey. Was haben wir denn für ein Pech? Uns wird schon langsam wieder kalt. Wir werden erschöpft. Ja, vorhin habe ich mich noch gefreut darüber, dass es so wenig Wölfe gibt. Haha. Und jetzt gibt es hier zwei. Und ich muss den ganz weiten Weg drum rumlaufen. Ich will hier wirklich gar kein Risiko eingehen. Ich... Mal gucken, wie viele Fackeln haben wir. Ne, wo... Wo ist das? Werkzeug? Ja, wir haben drei Fackeln. Das könnte... Natürlich irgendwie... Ach. Da ist noch ein Wolf. Was ist denn hier los? Wo kommen die her? Moment, hier drin war doch ein Bett, oder? Was wir jetzt machen. Wir gehen hier rein. Wie spät ist es? 16 Uhr. Was. Shit, wir können jetzt eigentlich noch nicht schlafen. Oh, guck mal, hier liegt noch jemand. Den haben wir doch übersehen. Komm schon. Ah, nichts. Wir können jetzt noch nicht schlafen. Selbst wenn wir zwölf Stunden schlafen, ist es gerade mal um vier. So, ich erkunde jetzt erstmal, was hier oben auf dem Berg noch drauf ist. Hier sieht es auch aus, als ob es hochgehen würde. Diese verdammten Wölfe, das kommt mir gerade echt nicht gelegen. Natürlich, ich hätte versuchen können, den wegzuscheuchen. in der Hoffnung, in der Hoffnung, dass wir dann vom Reh noch ein bisschen Fleisch abknapsen können und gleich ein bisschen Fell bekommen. Gut, das Fell wird ja dranbleiben. Das wird der Wolf ja wohl kaum mitfressen. Fleisch wäre ganz nett gewesen, aber das Risiko war es mir einfach nicht wert. Und gerade jetzt, wo der zweite und der dritte Wolf noch dazugekommen sind, auf keinen Fall mehr. Keine Chance. So, und es wird schon kälter. Und der Wolf heult unten. Ja, hier scheint gar nichts mehr zu sein. Oh, es wird sehr viel... Ja, der Wind kommt dazu. Es wird sehr schnell, sehr kalt. Wir müssen unten in das Haus. Unten in das Haus. Einfach schlafen. Im Haus ist es warm genug, dass es uns nicht weiter kalt wird. Essen und Trinken haben wir ein bisschen dabei. Wir müssen da jetzt erstmal drin bleiben. Was außerdem geändert wurde im Patch, mit Ausnahme von der schwersten Spielversion, die wir ja jetzt nicht spielen, es wurde geändert, dass, wenn man aus dem Haus rauskommt, dass die Wölfe nicht immer sofort angreifen oder zumindest einen gewissen Abstand zum Haus haben. Wenn wir uns an die Folge 11, war das glaube ich, erinnern, wo wir gleich zu Anfang gestorben sind, weil der Wolf uns beim Herauskommen aus dem Haus erwischt hat. Das kann oder sollte jetzt nicht mehr passieren. Wir werden sehen. So. Die Kälte ist erstmal weg. Ja, wir müssen jetzt schlafen. Wir müssen. Zwölf Stunden, dann ist es 5 Uhr morgens. 95 Prozent ist unsere Condition. Wir trinken erstmal was. Nein, essen und trinken. Trink Wasser. Ja, kriegst du doch. so und Hunger haben wir auch. Ich würde sagen, wir schlafen nochmal eine Stunde. Damit unser Zustand dann hoffentlich auf 100 Prozent ist. 97. Gut genug, würde ich sagen. Gut genug. Spitzendfürsicher. 450 Kilo Kalorien. Ich weiß nicht. Kommt dann weniger raus, wenn wir die mit dem Beil öffnen, die Dose? Nein. Okay. Wahrscheinlich wird das Beil nur abgenutzt und das möchte man an sich nicht. Aber wir haben ja zwei Beile. Von daher sollte das kein Problem sein. So, leckere Pfirsiche zum Frühstück gehabt. Das ist schon mal die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und ja, mit dem Essen sieht es jetzt schon wieder mau aus. Einmal Pfirsiche haben wir noch. Bisschen Limo. Naja. Aber mit unserer Condition 97 Prozent können wir es jetzt zumindest mit einem Wolf aufnehmen, denke ich mal. Wenn wir denn müssen. so, dann mal gucken, ob wir hier Wölfe sehen. Ich gehe mal auf den Steg. da liegt das tote Rehe. Aber von Wölfen ist weit und breit nichts zu sehen. Hm, könnte das eine Falle sein. Ich nehme mal die Flair in die Hand. Aber tatsächlich sehe ich hier nirgendwo ein Wolf. Sie sind so schnell gegangen, wie sie gekommen sind. Und komplett spurlos verschwunden. So, Fleisch ist hier keins mehr dran. Aber die Haut können wir uns mitnehmen. Und es wird schon wieder kälter. Wir sind unterkühlt, was? Oh, shit. Das heißt, um dieses Gedärmen von dem Tier kümmern wir uns gleich. So, liegt hier noch irgendwas? Wir müssen jetzt erstmal Feuer machen. Das hat die oberste Priorität. Gewehrpatrone. Hm. Energierige Stoff. Und mit oberster Priorität meine ich natürlich, nachdem wir das geplündert haben, ein Nayset. Sehr gut. Endlich können wir unsere Sachen reparieren. Ich befürchte nämlich fast, dass es irgendwas schon kaputt gegangen ist. So, haben wir natürlich keinen Tinder mehr. Zunderbündel. So, Feuer machen. Ähm, Zedernholz war, glaube ich, ja, das ist besser zum Anzünden. Dann können wir jetzt wieder einen Kaffee kochen. Am besten machen wir es gleich. Ja, da stand der Tee ist besser zum Schlafen. Weiß ich nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Ob man dann länger schlafen kann? Möglicherweise, oder? Dass man den Tee Buff hat, dass man dann länger schlafen kann. Also, statt zwölf Stunden vielleicht 15 oder so. Müssten wir mal ausprobieren. Es wäre eigentlich gar nicht dumm gewesen, wenn wir das gemacht hätten. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Wir könnten jetzt auch nochmal angeln. Und ich koche mir nochmal ein bisschen Wasser. da. So, eine Stunde noch. Ich frage mich auch, ob der Kaffee irgendwann kalt wird. Müsste ja. Müsste ja eigentlich so sein. Aber kann man den kalten Kaffee dann noch trinken? Gibt der auch noch einen Bonus? Das weiß ich alles nicht. Erstmal ein Schokoriegel. Ne, Energieriegel. Entschuldigung. 500 Kalorien. Und noch eine Limo hinterher. Weißt du was? Wir machen noch ein bisschen Wasser. Und das kochen wir uns dann auch ab. Okay, das hat natürlich gut geklappt. Ah, hätte auf die Zeit gucken sollen. Dann reinigen wir das Wasser was wir haben mit den Tabletten. Wäre schön, wenn man gleich mehrere auswählen könnte. Oder das Menü dann wieder aufgeht. Aber okay.